Ja, Überraschung, ich bin hier in Holland und schau mir an, wie Apple die iPhones auseinanderbaut. Ja, ich hab mir den Daisy-Roboter da hinter mir genau angeguckt, aber hier müssen wir nicht lang drüber sprechen. Hier ist es viel zu laut unter uns. Das machen wir wieder zu Hause im Büro und da können wir alles in Ruhe besprechen, was ich mir hier... Oh, da ist kein iPhone wieder fertig geworden. Großartig. Also, bis grad. Ja, wieder zurück in der Schweiz. Zurück aus Holland. In Breda war ich, deinem Industriegebiet. Ganz diskret ist da diese Daisy. Obwohl, ich hatte ganz ehrlich gesagt ein bisschen eine falsche Vorstellung von Daisy, weil waren ja schon oft Journalisten da und haben darüber berichtet. Man hat auch schon viele Werbevideos davon gesehen. Ich hab mir das wirklich viel, viel mehr als einen Roboter vorgestellt. Aber eigentlich ist es eine Maschine, die ungefähr so groß ist wie zwei Wohnzimmer. Einfach mit sehr, sehr vielen Armen die Sachen macht. Ich wollte mir die schon lange mal anschauen, weil mich das immer sehr, sehr Wunder genommen hat. Wie schaut das dann in echt aus und wie sieht das aus, wenn man iPhones auseinandernimmt? Jetzt hat es endlich mal geklappt und ich muss sagen, es war wirklich großartig. Aber wie immer bei Reisen, das Großartige sind dann nicht die Geräte oder die Maschinen in dem Fall, sondern die Menschen halt. Und das ist immer das Allerspannendste, wenn man mit den Leuten sprechen kann. Ich habe wieder viel zu lange mit den Leuten über irgendwelche Varianten von Aluminium und solchen Sachen geplaudert. Aber nein, es war wirklich sehr, sehr spannend. Und reden wir doch mal ein bisschen darüber. Ich schreibe jetzt dann meinen Artikel für den Tagesanzeiger. Darum war ich ja da. Ich schreibe eine Reportage darüber. Jetzt dachte ich, komm, ich mag nicht so lange warten und euch da auf die Folter spannen. Ich zeige euch einfach schon, wo ich war. Ja, ich bin mir Daisy angucken gegangen. Und ja, es ist wirklich erstaunlich, diese Maschine. Weil es gibt so verschiedene Arbeitsschritte, die sie macht. Als erstes gibt es so einen Trichter, da kippt man einfach die iPhones rein. Ich habe mich ja gefragt, ob der immer dieselben iPhones macht oder ob der verschiedene kann. Er kann, glaube ich, bis zu 29 Modelle. Die 15er kann er noch nicht. Aber anscheinend kann man das nachrüsten, soviel ich verstanden habe. Aber ist natürlich im Moment auch noch nicht so dringend. Aber bis zum 14er kann er alle auseinanderbauen. Als wir da waren, haben sie da einfach gerade... Ach, was waren es? Irgendwelche Plus-Modelle mit Knopf waren es. Vermutlich 7 Plus oder 8 Plus. Aber ich bin nicht ganz sicher, was sie da auseinandergenommen haben. Dann haben sie da einfach einen Kübel voll reingeschüttet. Dann kommt der Roboterrahmen, schnappt sich eins. Und als erstes biegen sie es einfach so auf und nehmen den Bildschirm weg. Und dann kommt mein Lieblingsschritt da in dieser Maschine. Dann wird nämlich der Akku entfernt. Und das ist so lustig, das machen sie mit kalter Luft. Bläst da so kalte Luft dran und dann knallt das Ding, das iPhone auf eine Kante und zack, spickt der Akku raus. Ich dachte immer, das mache ich mal mit Hitze. Weil wenn ich da jeweils meine iFixit wieder schaue, die machen die iPhones jeweils heiß und dann löst sich alles. Aber anscheinend löst sich der Leim, auch wenn es sehr, sehr kalt ist. Also natürlich nicht Wintertemperatur, sondern bedeutend kälter. Und danach bolzen sie einfach noch alle Schrauben raus. Ich dachte auch, das ist ja vermutlich ein Roboterjob, dass ein Roboter mit so Schraubenhänden... Nein, das sind eigentlich mehr so kleine Hämmerchen, die einfach jede Schraube raushauen. Zack, 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 zack. Ja, und danach ist das iPhone eigentlich auch schon auseinandergebaut. Das alleine ist ja schon spannend. Was ich natürlich viel, viel spannender fand, war das Drumherum. Wenn man dann da die einzelnen Einzelteile sieht, die sie da halt aus diesen iPhones rausgewinnen. Das ist schon ganz, ganz spannend. Meine Lieblinge, weil sie hatten da natürlich auch die Kissen aufgebaut, wo man sieht, was sie alles rausgenommen haben. Ich habe da ganz viele Fotos auch davon gemacht. Ich stelle die dann noch auf meine Webseite. Dann kann man die als Desktop-Hintergrund oder als iPhone-Hintergrund verwenden. Es sieht wirklich, ja, es sieht aus wie moderne Kunst, wenn man sich das anguckt, was da als Ausschuss rauskommt. Aber meine Lieblingskiste war natürlich die mit den Taptic-Engines. Weil Haptik-Motoren finde ich ja etwas vom Spannendsten sowieso. Und wenn man da plötzlich mal eine Kiste sieht, mit tonnenweise, nein, nicht tonnenweise, sagen, ich weiß nicht, wie schwer die sind. Und auf jeden Fall unzähligen, sagen wir unzähligen, Taptic-Engines ist das schon sehr, sehr spannend. Und natürlich machen sie das ja nicht aus Jux, um mich zu belustigen. Nein, es geht ja wirklich darum, die Materialien, die da in diesen Geräten drin sind, wiederverwenden zu können. Das ist eben die Taptic-Engine, die auch gerade besonders spannend, weil die besteht ja aus Magneten. Und in Magneten hat es ja alle möglichen Sachen drin. Da hat es Kobalt drin, da hat es Rache Erden drin und lauter solche Sachen. Und das können sie so halt, wenn sie das Ding vorab abbrechen, können sie natürlich die Metalle viel, viel besser rausnehmen. Das ist ja die Überlegung drin. Es geht ja nicht nur einfach darum, das alles irgendwie zu verkleinern und dann auf eine Müllhalde zu pfeffern. Nein, der Trick ist ja wirklich, die wertvollen Sachen da wieder rauszunehmen. Und da haben wir schon vor Ewigkeiten, weil Apple hat ja dieses ambitionierte Ziel, bis 2030 da komplett klimaneutral zu sein. Darum haben sie das schon in den vergangenen Jahren, haben sie immer mal wieder davon erzählt. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Ah stimmt, damals als die Apple Watch Series 7 kam, haben sie auch erzählt, wie sie da auf Recycling aussehen und was sie alles können. Und da haben sie 14 Metalle aufgezählt, die sie inzwischen rausfiltern können. Da habe ich sofort gefragt, ja, aber wo bleibt denn bitte schön Titan? Weil ich hatte mir damals eine Titan Apple Watch gekauft. Und da müssen sie dann sagen, ja, das können wir noch nicht. Und ratet mal, was sie jetzt als 15. Metall auch können. Ja, sie sind jetzt natürlich per Rat. Falls dann irgendwann mal die iPhone 15 Pro Modelle da auch in die Recyclingmaschine kommen, können sie dann auch das Titan da wieder zurückgewinnen. So materialtechnisch und metalltechnisch ist das schon wahnsinnig spannend. Weil sie haben dann halt auch gezeigt, mit den verschiedenen Aluminiums, die es gibt. Und das Problem ist, wenn man sehr, sehr hochwertiges Aluminium halt früher einfach geschreddert hat. Früher sind die Geräte einfach durch einen Schredder durchgelaufen und das Metall ist irgendwie in Stahl gelandet. Und wenn es hochkam, kam Aluminium zu Aluminium. Aber dann gab es einfach ein minderwertiges Aluminium. Wenn irgendwelches hochgradiges Aluminium mit Billigaluminium verschmolzen wurde, ist halt das wertvolle Aluminium futsch. Noch schlimmer eben, wenn es dann irgendwo in Stahl reingemischt wird. Und ja, da haben sie dann auch erzählt, wie sie halt jetzt ein, das neue MacBook Air ist glaube ich das erste, was komplett aus rezykliertem Aluminium ist. Behaftet mich nicht drauf. Aber das Spannende ist halt, weil das Problem ist ja, wenn man das Aluminium dann rezykliert, ist es ja nicht mehr derselbe Wertegrad. Und darum haben sie jetzt einfach eine andere Aluminiumlegierung entwickelt, die dieselben Qualitäten hat wie Hochqualitätsaluminium. Aber da kann man jetzt halt auch mit rezykliertem Aluminium. Ja, ihr seht, das sind die Themen, wo ich mich sehr, sehr lange mit Leuten unterhalten kann. Da muss man mich dann jeweils rausschmeißen, weil sonst gehe ich nicht und frage dann noch ewig nach und wie ist es denn mit diesem und mit jenem. Aber das ist schon etwas, was sich so ein bisschen durchgezogen hat. Das haben sie halt auch gesagt, das Problem sei, weil man sehr, sehr viele wertvolle Metalle hat und wenn man die nicht sauber trennt, dann werden die irgendwie in einem Sammelmetall gehen, die auf und landen dann halt irgendwo in irgendwelchen Stahlträgern in einem Hochhaus oder sowas und sind eigentlich futsch. Das ist natürlich viel schlauer, wenn man die rausnimmt und wiederverwerten kann. Und das macht natürlich schon sehr viel Sinn. Was mir auch so wenig klar war, schlussendlich ist es wirklich ein bisschen so, wie wenn man in einer Mine da anstatt, dass man Steine aufbricht und Plunder rausholt, bricht man jetzt halt iPhones auf und holt da Plunder raus. Aber Wunder darf man sich davon auch noch nicht erhoffen. Also da stand eine Maschine, stand da in diesem Holland und eine haben sie noch in Austin. Und ich habe dann auch gefragt, wie viele können die oder wie viele iPhones schaffen die denn? Da haben sie auch gesagt, 200 pro Stunde schaffen sie, was ziemlich schnell ist, ehrlich gesagt. Sie haben uns auch einen Prototyp gezeigt, den sie mal hatten. Der hat zwölf Minuten pro iPhone gebraucht. Jetzt wissen Sie, ist natürlich viel, viel schneller die Maschine und kann auch viel, viel sauberer die Sachen ausbrechen und aufbrechen. Aber insgesamt, wie viel schaffen sie im Jahr? Ich glaube, 1,2 Millionen iPhones. Könnten sie? Man beachtet den Konjunktiv. Das Problem ist, sie haben zu wenig iPhones. Ja. Und da sind wir natürlich alle ein bisschen selber schon dran. In der Schweiz gibt es Schätzungen, habe ich gesehen. 10 Millionen Smartphones liegen irgendwo in der Schublade. Ich bin auch nicht unschuldig. Ich habe auch zu viele Smartphones, die ich noch nicht ins Rezyklieren gegeben habe. Das finde ich ein bisschen ein Problem. Aber die Leute, wenn man das Neue hat, behält man das Alte sicherheitshalber noch ein bisschen und guckt weiter. Und vielleicht kann man es ja noch jemandem geben, aber schlussendlich bleibt es in der Schublade liegen. Ja. Darum hat es eben nur eine Daisy da in Holland. Weil sie könnte 1,2 Millionen iPhones pro Jahr auseinanderbauen, aber sie haben nicht mal 1,2 Millionen iPhones. Also da müssen wir alle brav unsere iPhones da wieder schön zurückgeben. Sie haben auch irgendein Trading-Programm, Apple, wo man da das alte Zeug wieder zurückgeben kann. Vielleicht müsste man das ein bisschen öfters machen, dass da die Maschine mehr in Schwung kommt. Weil das fand ich übrigens das andere, was wahnsinnig spannend war. Aber sie haben dann gesagt, ja, diese Maschine ist öffentlich, man kann die auch machen. Ich habe dann gefragt, ob ich das auch könnte. Worauf sie dann gemeint haben, ja, vermutlich bräuchte ich da schon einen ziemlich großen Raum für. Da wusste ich noch nicht, wie groß sie ist. Ich habe mir die Maschine viel kleiner vorgestellt. Ich dachte einfach, die nimmt ein iPhone nach dem anderen und macht das auseinander. Dass die natürlich wie ein Förderband funktioniert, wusste ich da noch nicht. Aber das Design von Daisy ist offen. Also wenn jemand anders sowas auch bauen möchte, dann könnte er oder sie das natürlich auch. Oder Konkurrenzhersteller könnten das auch. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber jetzt muss ich mich da mal langsam an den Artikel dazu machen. Aber ich dachte, ich erzähle euch vorher schon, wo ich da war, weil die Leute gefragt haben. Und es ist ja auch nichts Geheimes. Es ist nicht so, dass das irgendwie neu wäre. Es ist einfach unglaublich spannend. Und es macht einfach Spaß, mit den Leuten darüber zu sprechen. Weil da sieht man jeweils auch, wie ernst es einer Firma mit manchen Sachen ist. Es passiert mir als Journalist immer wieder, dass ich irgendwo hingehe. Und die Leute, die dann von der Firma da sind, die interessieren sich gar nicht so wirklich oder haben es auswendig gelernt. Das war da nicht der Fall. Nein, die Leute, die wussten wirklich. Und ich bin dann wirklich, ihr habt es ja gesehen, nur schon mit dem Aluminium. Und wenn es dann noch auf Kobalt geht, ich kann sehr, sehr detailliert nachfragen. Und ich kann da auch ein bisschen eine Plage sein, weil ich mich jeweils viel zu fest für alles interessiere. Aber die konnten alles beantworten. Also die kennen sich wirklich aus. Und die machen das nicht einfach aus Jux, sondern weil es ein bisschen gut ausschaut. Das war auch noch. Da muss man auch immer ein bisschen gucken. Weil es gibt ja durchaus auch Firmen, die dann irgendwelche Greenwashing-Initiativen betreiben, die unglaublich cool ausschauen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, die Maschine steht nur ein Tag im Jahr da und danach ist die wieder weg. Die bauen sich jeweils schnell auf, wenn Journalisten kommen oder so. In dem Fall offensichtlich nicht. Nein, das war wirklich spannend. Auch den Leuten zuzuschauen, die die Maschine bedienen. Also ganz menschenfrei ist das Ding ja auch nicht. Also vier Leute braucht es, um die Maschine zu bedienen. Nein, das war mein Ausflug und den wollte ich euch unbedingt nicht vorenthalten. Also falls ihr noch Fragen habt, ungeniert unten reinkommentieren. Kann dann natürlich sein, dass ich eure Fragen gleich wieder nutze, um meinen Artikel für den Tagesanzeiger zu schreiben. Ja, das ist ja immer so ein bisschen Brainstorming, diese Videos für mich. Die helfen mir dann bei meiner restlichen Arbeit weiter. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, das kann man ja gar nicht kaufen. Nein, kaufen kann man es nicht, aber profitieren kann man davon, weil es einfach eine sehr, sehr schlaue und vermutlich längerfristig auch gute Sache ist. Also das muss man ja Apple auch zugute halten. Also diese Öko-Initiativen, die sie haben. Wenn man das eben schlau macht, kann man damit ja auch Geld sparen. Und das Paradebeispiel sind die kleineren iPhone-Boxen. Natürlich ist es gut für die Umwelt, wenn die Boxen und Verpackungen kleiner sind. Aber dann kann man auch mehr verkaufen, weil man kann mehr Geräte transportieren. Also wenn man es schlau macht, ist es halt wirklich eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, Apple hat das schon sehr, sehr gut im Griff. Aber ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. 2030 ist ja noch ein bisschen hin, aber ich werde da natürlich jetzt ein Auge drauf haben. Falls ihr miterleben wollt, wie 2030 kommt und ob es Apple bis dahin schafft, unbedingt Abo abschliessen. Mal schauen, ob ich so lange noch YouTube mache. Momentan habe ich ja Riesenspaß dran, aber wer weiß schon, was 2030 ist. Also unbedingt Abo abschliessen, dann findet ihr es raus. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video.